das gibt es nicht auch so mit so oft hier die Berge noch nicht rutschen wir brauchen noch 3 werden wird um welchen fällt weniger Das ist aber sehr verfindet, am meisten. Letzt. Was ist denn da hinten? Wolf? Ich brauche Wolf. Ach was. Ach so. Ist das ein Wolf? Was ist das? Ach das sind irgendwelche Rotfüchse. Ganze platt machen. Ähm. Mach sie alle. Was selten ist? Was steht da? Wenn ich selten ist, brauche ich es bestimmt. Ja, meine Tasche ist... Ach, das ist die Wolle. Du bleibst hier. Braunbär. Ne, das ist kein... Bist du ein Braunbär? Da kann ich dich ja umbringen. Hab ich keine Ahnung. Hab ich ein Braunbär? Ja, wenn ich mein umbringe, dann muss ich ja... Nein. Ich bringe mir nicht mein eigenes Tier um. Nein. Hat mal nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Ich mein, wenn es umgebracht werden würde, dann würde ich das von ihm auch einsammeln. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass... So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt geht's um. Noch zwei, drei. Zwei Wolle verbrauche ich. Noch einen hab ich das gejagt. Beziehungsweise lag der einfach rum. Hat gepennt. Hab ich einfach das Fell über die Augen abgezogen. Ich habe meinen Brotsche. Ich habe immer Angst, dass ich sterbe. Guten Tag. Hier haben wir einen Ort. Hier haben wir einen Ort. So, hallo. Grüß Sie mal her. Nein, ich brauche es nicht. Ich lasse mir Wotten, was es so gibt. Fackeln, klettern, was? Nein, ich gehe mal zu dem... Grüß dich, mein Herr. Das ist der Sommer. Ja und? Stopp. Was ist hier? Was ist jetzt? Ich habe mir jetzt zugehört. Oder doch? Ach, ich gehe einfach. Hä? Was ist mit dir? Was ist mit dieser Zeit? Wir haben ihre Kräuter nicht, weil es ist, sie wirken. Danke schön. Du verdienen mich. Du verdienen mich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du verdienen mich. Gä KAITEN Tag. Wollte ich gar nicht. Naja, ich hab gesagt... Doch! Was kau ich denn hier? Entschuldigung. Da war eine Fliege auf meine Zunge. Ich bin so ein Frosch. Boah, ich kann meinen Kopf nicht drehen. Was ist jetzt was anderes? Ja, das war es eben. Der winkt mir. Dann haue ich meinen Nona. Bekommt neues Zielchen. So, wer lautet da? Wolf! Mach mir geht. Oh, ne Puma nicht. Puma hat... Hörst! 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 Ja, genau, hier. Komm dir mal... Mach das schon. Denn ich will dich befreien. Befreien. So. So. Der Bär hat alles gemacht. Ich bin einfach nur... Ne. Ich bin ein Mitläufer. Nein! Neufer! Ach, hier waren wir schon mal, ne? 52... Was? 52? Da haben wir ja gestern doch bisschen was gemacht. Wenn ich heute schon 52 hab. Ach, hier haben wir ne schnellreise. Ach, hier haben wir ne schnellreise. Ach, jetzt kann ich wie... Guten Abend. Und... MXD2000. So. Dann sind wir hier dabei. Und dann sind wir dabei. Ne. Ähm... Gibt's hier oben vielleicht... Hier geh ich ja ins Gebirge. Da brauch ich erst... Ähm... Da brauch ich erst Winterkleidung. Ich muss hier runter. Ich brauch Wölfe. Wir können hier runter gehen. Das da machen. Stammeskonflikt. Wieder töten. Finde und töte gefährliche Gegner. Durchsuche ihre Überreste. Schwierigkeit Mittel. Waffe Rohstoff. Ein Fähigkeit Bonus. XP fürs Schleichen. Gehen wir erstmal da hin. Weil irgendwo müssen ja Wölfe sein. Und... Irgendwo... Bekommen wir dann die Wölfe auch zugesprochen. Ne, äh... Irgendwo kann man auch die Wölfe dann wieder umbringen. Mensch. Jetzt hätt ich ein Fallschirm. Ich weiß nicht, der Bär kommt schon dahin wo ich hingehe. Ach? Boah. Ich bin eigentlich, glaube ich, noch nicht gestorben, wo wir hier runter sind. Na? So. So. Nur der Bär hier. Sie haben hier abgehört, so und der Bär kommen. Kuckuck, schießt du? Der könnte theoretisch auch runterrutschen. Ich weiß auch nicht, wo wir mal ein Braunbärfeld herkriegen. Da, wo Braunbärs sind, das ist logisch. Ich weiß auch nicht, wo Wölfe sind. Die kriegen dann Kopfschuss. Oder sowas in der Art, wenn ich nicht weiterfahre. Ich brauche Wölfe. 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 So. Der als Haustier ist schon... Das will ich jetzt mir mal angucken. Ich mach... Da muss ich doch helfen. Bäm. Hedgehog. Oh, das war echt der Lüge. Mann! Kein Bär kommt von oben! Komm her! Oder bedient dich ja genau, fress sie auf und dann hab ich vielleicht... Fleisch gespart. Und so tue ich die nette. Ähm... Ja, ganz einfach weil mein Lagervon ist. Mh, schmeckt geil! Mh... Da muss man hin. Verdrücken. Sau! Wart man, wie viel Fleisch habe ich gemacht? Neunzehn? Och, das ist ja noch genug. Reift er mich an? Ach... Ach... Ach, das ist ja noch genug! Ach... Ach... Ach! Ach... 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 Oh, mach... Ach... Ach... Nr das ist spannend das verkehrt sich manchmal die Möse immer wird das Band hier ist es schon der ganze besser ziehen und so das ist alles logisch so ist das Wort die vier Meter noch 300 waren es das das blut spritzt hier nur das darf doch mal Fischfangrasten nicht die 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 Ähm Ähm Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich habe ja gar nicht gerechnet. Wow. 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 Hätte ich nicht X gedrückt, wäre ich da. Oh, ich brauche mal Zutaten. Eieieiei, was ist denn das für ein... Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein! 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 Nein, Junge! Ich schaue gleich eine! Nein, komm mal! Stumm! 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 Jetzt bleib doch einfach mal stehen! Das ist mein Berg! Was machst du denn jetzt die Keule, Schaf? Was will denn mit dem Mann reden? Ich hab dich auf, dass du dich zuollen. Ich bin jetzt in die Inhalte von Narsch. Im Rettungs in die Inhalte! Ich hab mich jetzt auf! Nein. Cha! Ach so was der will! Nein! Nein! Cha! Wo war? Warum gibt es 12? Ich habe gesagt, ich werde nicht danach suchen, aber nicht nur noch 2, da unten. Äh, bin ich da oben. Ich kann nicht hier schneller, leiser machen. Nee, weißt du mal. Ich muss schon näher machen. Da gibt es 12, also gehe ich einfach hier, mache schnellreise dahin. So, jetzt markiere ich einfach, wo der ist, dass ich halt die Richtung muss. Dass der Wolk nicht nur da ist, ist nicht... Warte mal, dann mache ich... So, es ist dunkel, und die hauen nicht sofort ab. Jetzt wird es schön dunkel. Wow. Und, ähm, ich werde jetzt gucken. Wut...